Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten in die Woche mit einem Blick auf Nasdaq 100, DAX 30 und das Währungspaar Austral-Dollar und US-Dollar. Damit herzlich willkommen zum ersten Webinar in der neuen Handelswoche. Allen Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauer hier an dieser Stelle, wie immer, die bitte, wenn ein Wunsch-Chart da ist, der einmal betrachtet werden soll, einfach hier in die entsprechenden Chats im Facebook oder auch auf GoToWebinar die Titel posten und dann kann ich direkt auch drauf eingehen. Lütger Lutz, einen schönen guten Morgen. Bevor wir in das Webinar starten, gibt es wie immer den ganz regulären Hinweis zum Risiko. Das bitte ich hier selbstverständlich auch immer zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, Olaf, guten Morgen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann mit, ja, oder zu Verlusten führen. Letzte Woche, Freitag, gab es auch ein paar Arbeitsmarktdaten an dieser Stelle. Kurz der kleine, knappe Hinweis. Die sind ein bisschen schlechter ausgefallen als erwartet. Was liest man so dem Arbeitsmarkt? In den USA ging so ein klein wenig die Puste aus, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gab nur 20.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Ja, wir hatten die Tage davor in den Indizes ja deutliche Kursrückgänge. Und was ist Freitag passiert? Das werden wir gleich sehen, wenn wir in die Charts reinschauen. Was gibt es? Elena, du schreibst gerade kein Facebook. Elena, ich kriege hier Post auf Facebook, dass man alles gut sehen kann. Kurze Frage. Jungs, ich habe hier ein paar Live dabei. Ludger, Lutz und Olaf. Kann man mich gut hören und sehen? Kurzen Hinweis bitte. Dann weiß ich, dass hier alles in Ordnung ist. So, ich bin kurz ruhig. Ja, wunderbar. Facebook, alles da. Passt super. Olaf, ganz, ganz lieben Dank. Alles klar. So, gut. Geht's zurück in das Webinar mit den wichtigen Themen für heute. Was haben wir auf der Nachrichtenseite? Wir hatten am Wochenende sozusagen noch die Rede vom Paul und dann gab es heute Nacht oder beziehungsweise heute Morgen sozusagen die Industrieproduktion für Deutschland und die Handelsbilanz für Deutschland, beides etwas rückläufig gewesen. Die aktuellen Zahlen, wir hatten in der Industrieproduktion eine Prognose von 0,5. Es war tatsächlich aktuell dann im Januar ein Rückgang. Es stand da eine minus 0,8 und bei der Handelsbilanz hatten wir eine Prognose von 21,2. Es sind 18,5. Das also hier die aktuellen Daten nachgeliefert, weil sie um 8 Uhr schon veröffentlicht wurden. Dann gibt es heute noch das Treffen der Euro-Gruppe. Der Zeitpunkt ist hier offen. Möglicherweise geht es auch hier um das Thema wieder Brexit. Mal schauen, was uns da berichtet wird. Am Nachmittag dann in den USA 13.30 Uhr deutscher Zeit die Einzelhandelsumsätze für den Monat Januar und um 14 Uhr ein MPC-Mitglied aus Großbritannien hält eine Rede. Und um 15 Uhr deutscher Zeit bekommen wir dann aus den USA noch die Lagerbestände für den Monat Dezember. An der Stelle bitte auch noch den Hinweis zur Kenntnis zu nehmen. In den USA gab es am Wochenende den jahreszeitlichen Wechsel von Winter auf Sommerzeit. Das heißt, der reguläre Handel in den USA beginnt schon 14.30 Uhr deutscher Zeit und endet 21.30 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze geht bis wir dann auch zur Sommerzeit wechseln. So lange wie wir das zumindest noch tun. Dann schauen wir doch einfach mal in die Charts hinein. Wir starten mal hier. Ich mache wieder den Metatrader auf mit dem Add-on des Stereo Traders. Das kennen wir ja schon. Ein gutes Tool hier, um den Metatrader von der Benutzbarkeit deutlich, deutlich besser zu gestalten. Wir starten hier mit dem Blick in den Nasdaq. In der großen Wochenbesprechung hatten wir ja schon gesagt, rein trendtechnisch ist hier alles wirklich im grünen Bereich. Wir sehen es ja hier unten, wie schön der Aufwärtstrend am Tief hier im Dezember um die Weihnachtszeit gestartet hat, sich nach oben zu entwickeln. Jetzt sind wir hier mittlerweile in einem wichtigen Widerstandsbereich angekommen. Hier das Trend hoch ist rausgenommen worden. Das Korrekturtrend hoch, damit ist der gebrochen worden. Das nächste Hoch lag oder liegt relativ nah dran. Haben wir hier oben liegen bei 7218 Punkten. Wir haben ja vor ein paar Tagen hier ein Hoch notiert, wo der Markt nach unten gelaufen ist. Wir sind sozusagen in die Korrektur tief reingelaufen und schaut mal, was hier passiert ist. Wir sind am Freitag nochmal mit dem Peak hier auf die 6934 Punkte Marke runtergelaufen. Ja, und dann schön nach oben. Das ist ein hervorragendes Umkehrzeichen innerhalb einer tiefen Korrektur hier. So eine schöne Hammerkerze. Das Ganze muss ich jetzt bestätigen, fortsetzen. Wenn das kommt, so schaut es momentan zumindest ja auch aus, dann haben wir alle Chancen, dass wir hier wieder nach oben laufen. Was liegt vor uns? Neben dem Hoch des aktuellen Trends und dem Widerstand hier oben bei 7218 Punkten, selbstredend vorher noch ein paar Tageshochs hier, die haben wir liegen um die Marke von hier 7117 Punkten und hier etwas drüber bei 7164 Punkten. Dann gibt es hier noch das kleine oben drüber. Das hat sein Hoch bei 7116. Ab 76 Punkte. Das also hier im US-Tag, das Kürzel, also der Nasdaq 100, das schauen wir uns mal eben hier mit ran. Heißt an dieser Stelle, dass wir hier nach oben und unten innerhalb der Korrektur gelaufen sind. Ich mache es mal kurz kleiner hier. Das war der Schwung, den wir schön nach unten gesehen haben. Hier das Ganze auch schön untergeordnet, trendig mit am Laufen. Jetzt trenden wir hier schön nach oben und diesen Trendschwung, der muss sich fortsetzen. Das wäre dann die Bestätigung, die wir hier brauchen, das Ganze also zu sehen. Wie schon gesagt, hier heute, Haupthandelszeit beginnt schon um 14.30 Uhr und Andreas, der schreibt gerade, ich hatte gesagt, 22 Uhr, 21.30 Uhr, es ist natürlich 21 Uhr Börsenschluss in den USA. Wir handeln ja im Regulären bis 22 Uhr, das heißt hier 21 Uhr ist da der Schluss an den Kapitalmärkten. Da habe ich doch die falsche Halbzeit genannt. Danke dafür, Andreas. Wir gehen in den nächsten Chart mit hinein, das heißt hier wieder im Tag und auf den DAX, der Heimatindex, den wir hier in Deutschland haben. Da sehen wir ein ähnliches Bild, zumindest was den Freitag anbetrifft. Hier sind wir im DAX natürlich auch schon schön hochgelaufen. Zwischendurch gab es mal einen Bruch. Ich hatte das ja letzte Woche auch erklärt. Hier sehen wir schön den untergeordneten Bewegungstrend. Jetzt haben wir Korrektur gesehen. Aus der Korrektur scheinen wir jetzt auch unten rauszukommen. Das heißt, das Umkehrsignal, was wir hier am Freitag an der 11.400 Punkte Marke gesehen haben, scheint zumindest momentan etwas Anklang zu finden. Der Kurs fällt nicht direkt wieder ab. Die Frage hier ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? Mit Blick nach unten hat man als Support immer noch die 11.400 Punkte Marke. Wenn das Ganze bricht, gut, dann müssen wir einfach uns etwas weiter nach unten orientieren. Wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend innerhalb der Bewegung hier anschauen, dann haben wir hier den nächsten Support, das nächste Korrekturtief um die Marke von 11.243 Punkten. Wenn das Ganze hier unten rausgenommen wird, hält das Ganze allerdings stand. Dann, so ähnlich wie gerade auch im Nestec, ist der nächste Bewegungsziel dieses Trends, wenn die Bewegung sich über das aktuelle Trendhoch fortsetzt, selbstredend hier das Trendhoch bei 11.698 Punkte. Und damit gut ein Stückchen weit von dem, wo wir stehen, oben drüber. Was gibt es noch? Wir haben noch zwei Tageshochs, die wir vor uns liegen haben, die man anlaufen kann, hier um die 11.814. Hier haben wir es liegen, hier, entschuldigt, nicht die 11.814, sondern die 11.614 selbstredend. Und dann hier ein klein wenig oben drüber, um die Marke von 11.655 Punkten. Nehmen wir diesen Widerstand hier oben raus, also das heißt, wenn der Markt drüber steigt, über die knapp 11.700 Punkte Marke, dann haben wir hier mit Blick zur Historie im Chart den nächsten Anlaufpunkt um die Marke von 11.849 Punkten. Und auch hier hilft uns wieder ein bisschen der Blick in den Stundentrend hinein. Hier haben wir den letzten Schwung gehabt, hier unten sozusagen. Da sind wir jetzt drüber. Untergeordnet hat sich hier leicht der Aufwärtstrend gebildet. Und hier sehen wir jetzt die Fortsetzung Stück für Stück nach oben. Das ist dann das, was wir brauchen in den kleineren Zeiteinhorn, damit man gut sehen kann, dass sich das Ganze hier auch fortsetzt. Das heißt, dass man das angezeigt bekommt innerhalb der Charts, die uns hier im Trading selbstredend auch helfen, das Ganze mit in die Praxis umzusetzen und so ein klein bisschen einen Fahrplan zu erstellen, wo es denn hingehen kann, wer im Longfalle nach uns kauft. Das können wir sehr, sehr schön hier aus dem Ganzen auch mitsehen. Und wenn der Markt natürlich hier oben drüber läuft, dann haben wir hier nach diesem ersten Schub die Korrektur hinter uns gebracht und dann haben wir dann wieder einen Aufwärtstrend. Das heißt, dann sind wir nach diesem Trend, den Trendbruch, wieder in einem Trend nach oben hin drinnen. Das liegt dann vor uns. Müssen wir mal schauen, was der Markt hier in diese Richtung auch mitmacht. Und damit kommen wir noch zu einem Währungspaar hier an dieser Stelle, und zwar dem Austral-US-Dollar. Den hatten wir ja auch vor nicht allzu langer Zeit gesehen, wo er deutlich auch nach unten gelaufen ist. Was haben wir hier unten drinnen gehabt? Wir hatten es dann auch besprochen. Wir hatten damals hier diesen Ausbruch oder diesen Tiefbereich um die 0,70540. Wir hatten hier, das war auch ein Support-Bereich um die 0,70400 und dann hier etwas tiefer, diesen Bereich um die 0,70200. Was ist hier passiert? Wir sehen es ganz klar. Der Markt hat einen dieser Bereiche genommen, um rumzudrehen. Man kann sowas vorher nie wissen. Man kann diese Bereiche zwar identifizieren, aber ob der Markt daran rumdreht, also das heißt, ob er an einer Stützung, Unterstützung findet oder an einem Widerstand tatsächlich einen Widerstand findet, das muss man sich immer erst zeigen lassen. Jetzt stehen wir hier, sind am Freitag doch ganz deutlich von unten nach oben gelaufen. Hier hatten das Tageshoch bei 0,70522. Wie geht es jetzt weiter? Wir stehen ja mit dem Hoch hier schon am Widerstand, den wir hier haben. Dieser Widerstand ist der Bruchbereich, dieses Tiefpunktes und natürlich auch das Level der Entstehung, der Trendentstehung hier, was ich rot eingezeichnet hatte. Jetzt geht es darum, findet der Markt hier die Kraft, oben drüber anzusteigen, dann haben wir die Möglichkeit hier ins Tageshoch bei 0,70918 bzw. hier oben in diesem Magenta markierten Bereich. Der kommt aus der Stunde, um die 0,711 oben erst einmal anzulaufen. Mit Blick nach unten hin kommt es nicht dazu, dass der Markt hier oben drüber lauft. Das heißt, der Widerstand ist einfach zu groß. Dann muss man selbstredend den Blick nach unten richten. Und wenn wir da tatsächlich hier unter das Tief drunter laufen bei 0,730, wenn wir da drunter brechen, dann sehen wir halt, es gibt wirklich hier unten erst einmal nicht wirklich was zu holen. Das heißt, da wäre der Weg dann tatsächlich frei in das Tief, was wir hier nach diesem starken Schub und diesem Spike hier sozusagen, der dann stark wieder aufgekauft wurde, dann haben wir hier die 0,67247 als Anlaufpunkt. Und hier dazwischen, da ist einfach nichts. Das heißt, es kann dann auch recht schnell nach unten gehen. Das sollte man definitiv auf der Uhr haben. Und auch hier, ich hatte es ja angedeutet, da gibt es einen kleinen Anlaufbereich, den wir im Stundentrend auch sehen können. Hier oben die Marke um die 0,71100. Das ist hier so ein bisschen ein Staubereich im Stundentrend gewesen, hier in diesem Abwärtstrend, der hier schön nach unten gelaufen ist. Das ist jetzt wichtig, interessant. Wenn wir tatsächlich hochlaufen, dann wäre das hier eine sehr, sehr wichtige Marke. Und das sehen wir halt hier. Hier muss sich untergeordnet erst einmal einen Aufwärtstrend bilden, der es dann schaffen kann, diesen Winterwiderstandsbereich rauszunehmen. Und dann haben wir die Chance, hier oben reinzulaufen. Wir sehen ja hier im Trendverlauf Anlaufpunkte. Eines davon ist dann auch selbstredend das Tageshoch, was ich im Tagesschart an dieser Stelle auch mit markiert hatte. Das also zu den heutigen Handelsideen. Schaue ich nochmal in die Chats hinein, ob wir Fragen haben. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Gut. Theo, auch von meiner Seite ein Guten Morgen. Fragen sind keine da. Das heißt, an dieser Stelle ganz lieben Dank für die Zeit heute im morgendlichen Webinar. Ich wünsche allen gute Trades, gutes Gelingen und ich freue mich auf morgen. Es gibt am Vormittag, also spätestens 8 Uhr, selbstredend, gibt es wieder den Blog-Eintrag für all diejenigen, die den Blog vorneweg auch lesen. Und danach um 8.30 Uhr hier den Livestream. Die Besprechung auf Tegmel bzw. auf GoToWebinar mit den Handelsideen. Bis dahin allen eine gute Zeit. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.